Wie konnte ich denn eben nochmal abspringen? Oh, unbelievable. Das Problem ist meine olle Farbschwäche. Ey, jetzt ernsthaft, ne? Da war noch das Glitter, oder nicht? Ach, okay. Okay, ich lasse es. Ich kann... Das war voll ein Glück, dass wir das immer so geschafft haben. Aber hier, man sieht es doch funkeln. Das ist doch nicht mehr Absicht, oder? Ich muss ja Gas geben, sonst schaffen wir es ja gar nicht, das zu meistern, was wir vorhaben. Das ist ein Scherz. Jetzt mal ehrlich, Leute. Das ist ein Scherz. Ich... Oh, jetzt auf gut Glück springe ich, weißt du, und es klappt sofort hier. So, wir haben eine Branche. Hier haben wir... Hier, wieso... Wenn das Ding will ich rollen, ich springe doch gerade rüber. Ich schaffe es ja auch, zurück zu springen. Wenn so, wenn es jetzt gleich nicht mehr klappt, mache ich mal ganz kurz fünf Minuten Pause, und dann sehen wir uns gleich wieder, weil... meine Geduld platzt gerade. Und wenn ich dann weiterspiele, ist das immer nicht gut. Wir haben es geschafft. Siehste, ich muss nur damit drohen, dass ich nicht mehr zocke. Dann klappt alles. Manchmal. Ah, hier, man darf nämlich auch nicht zu lange draufstehen. Man muss doch voll abspringen. Endlich. Hier soll irgendeine Uhr sein. Ach. Naja. Muss erstmal Mr. Bunny hier rauf machen. Ist da irgendwas? Da geht's weiter? Hier ein Hasen. Nein, 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 nein. Ich muss mal gucken, was hier passiert. Ich guck jetzt nochmal. Okay, das war doch richtig. Ich muss doch hier langschen. Ich guck. Ich guck jetzt. Ich guck jetzt. Okay, ich musste das aktivieren, okay, okay. Zehnchen, Zehnchen und aufs Herz und hüpf hier rüber und jetzt kommen Gegner. Natürlich kommen Gegner, hat er gesagt. Oh ja, unser klein großer Freund oder was? Komm schon, ja, du bist, du bist. Was ist das? Kann schon, kann schon, tu es. Zehnchen, Zehnchen. Es ist nicht das Schönste, aber du kannst es zeigen. Wo ist das? Wo ist das? Oh, weiter geht's. Der Kopf ist weg. Jawohl, kein Problem. Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität preis als das gespiegelnde. Oh, jetzt werden wir gespeichert. Höre ich jetzt auf? Ich muss ja. Ah, okay, hab ich mir schon gedacht, ich wollte es nur mal testen. So, das heißt... Oh, echt nafti. Nafti! Arsch! Ah, was hab ich denn jetzt gemacht? Das stimmt, wenn ich nach links mache, der muss ja zur anderen Seite rüber. Ne, so haut das ja nicht hin. So, ich muss... So, ich muss... Ich muss jetzt hoch... Ne, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Zurücksetzen. Das heißt... Mal gucken. Ich muss bestimmt einmal rüber. Dann hoch. Dann einmal rüber. Dann hoch. Dann hoch. Hoch. Und ich sagte vorhin noch, das ist so schön leicht. Ja. Theoretisch. So. Dann 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 so. Und dann so. Haha! Jetzt noch eins? Ne, eins hat gelangt diesmal. Sehr schön. Und weiter geht's. Mal gucken, was hier noch Feines gibt. Schluck auf. Kostenlos. Flasche. Schnauze. Schnauze. Die ablösen. Die Karten Minions sehen echt cool aus. Muss ich ja mal sagen. Schnauze. 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 Da war die Lok. So. Gab's hier überhaupt was anderes gerade? Außer das? Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! Wir sind hier nicht schreibt, oder? Ja. Wir sind hier nicht Haitien. Wir sind hier ja im Gegenteil. Schnauze. Schnauze. Das ist gut an Tours. Was ist denn los? Was hat Sache geschafft? Halb tot. Komm Alice, nicht trödel. Du hast schon den Zug verpasst. Ich weiß es nicht. Ich will trotzdem noch mal Rövsieren. Jetzt bin ich wieder fast tot. Wundervoll. Das ist so wundervoll. Ach, da muss ich lang. Jetzt ist hier wieder irgendwas sauber. Da könnten Hosen drin sein. Ja, ganz nix. Sehr schön. So, aber ich muss jetzt Pause machen. Ich merke gerade, ich bin richtig müde. Meine Konzentration lässt auch gerade wenig nach, wie man gemerkt hat in den letzten paar Minuten. Ich werde auch nie mehr so gesprächig. Es war wieder lustig, lustig. Wir haben es fast geschafft. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Aber reinhauen. Tschüssi.